Für das ungeschulte Auge ist diese Bestie nur Schrott. Für das geschulte Auge jedoch ist dieser Schrott eine Bestie. Bei praktisch keiner anderen Waffe im Spiel ist die Beschreibung so wahr wie bei Universalgerät der exotischen Primär-Schrotflinte. Es ist als seien vergangene Shotgun-Nerfs einfach an der Waffe vorbeigegangen und so ist sie jetzt eine der besten Flinten im Spiel. Aber hey, Primary Shotgun, was soll ich mehr dazu sagen? Für die meisten Flinten-Spieler ist ihre Spezialwaffe ohnehin schon ihre Primärwaffe. Von daher, warum nicht einfach das Ganze konsequent umsetzen mit Universalgerät? Zielen, Schießen, Kill. Fast so einfach wie bei einem Scharfschützengewehr mit viel Aim-Assist. Aber da Universalgerät im Primär-Slot ist, könnt ihr das ja auch noch mitnehmen. Was für ein Luxus. Mehr Reichweite und weniger Streuung beim Zielen, das ist an sich schon tödlich. Nach einem Kill kommt über Kontrolle der Masse nochmal 15% Bonus-Schaden obendrauf für 3 Sekunden. Spätestens dann ist Universalgerät in der Lage, die meisten legendären Shotguns eindeutig zu overpowern. Für alle, die kein Shotgun-Warrior per se sind, ist Universal-Remote trotzdem nützlich. Denn ihr könnt euch den Luxus erlauben, einfach mal eben kurz eure Primärwaffe gegen eine Flinte auszutauschen, beispielsweise im Laufe verschiedener Runden in Trials, kann definitiv für die ein oder andere üble Überraschung im Gegnerteam sorgen. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen.